In Tessin, die Limiten sind gleich, als in Niederbib, mega bisön 30 Uhr zu fahren. Die Konzili, um ins Tessin die Wachinze zu überleben. Wenn Sie mit dem Zug kommen, normale Alimente essen, mega bisön zum Essen, die Sandwichen parkegen, kagaden, nachkavren. An die Meleza machen sie Nudismus. Okay, aber sie spüten mir schon im Hotel, weil... Mit den Kurrentdarien wollen wir auch Fasanen. Wir sind bronziert mit Pellulivastrehen, weil wir haben die Sonne ein ganzes Jahr. Sie sehen die Sonne einmal jeden Mord d'Aveschkuf, also metten Sie die Cremen, weil Sondern sie bekommen rot wie Peveronen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.